Mir ist auch der Highscore Performance Ground seit einigen Jahren bekannt. Ich habe, muss ich sagen, durchweg gute Erfahrungen mit dem Boden. Ich kenne ihn zu jeden Jahreszeiten und allen Witterungen und es tauchen nie Probleme auf. Er ist immer federnd, immer topbereitbar, ob kalt, ob warm. Das Wasser fließt gut ab, aber auch im Sommer durch die Matten hat man immer noch genügend Feuchtigkeit. Also ich bin durchweg begeistert und auch dieses Wochenende hat man wieder gesehen. Ich hatte leider das Pech in einer Prüfung mit einem Pferd, hatte ich stark Regen. Man hat auf dem Boden nichts davon gemerkt.